Jo! Einen schönen guten Tag! Hier ist mal wieder Nessie! Endlich mal wieder ein Euro Truck Simulator 2! Jo! Genau! So wie ihr sehen tut, fahr ich heute mal mit Aldi los! Jo! Okay, dann fahren wir langsam auf Tour! Und ich hab eine Beifahrerin! Eine ganz Süße! Hallo! Hallo? Die hört man mich! Jut, dann fangen wir mal langsam los! Mal gucken, wie weit heute kommt! Wer? Was ist denn da los? Hallo? Stehen bleiben! Stehen bleiben! Ich will doch nur raus hier! Och, Mono! Na also! Scheiße! Hänge fest! Ich hänge fest! Moment! Ich hänge fest! Warum hänge ich da fest? Ach du Scheiße! Gut! Mal gucken, wie da rauskommt! Ne, lass mal! Ich fange mal! Ich fange fest! ... Deine in der Hormone! Das ist so toll! Das macht wirklich Spaß jetzt! Ich wollte hier rein! Genau! So! Wir sind in Schweden, würde ich mal sagen. Schweden! Und wie geht's denn? Hallo? Hallo! Die hört auf mich nicht! Die will einfach auf mich nicht mehr hören! Oh so! Ja! Nicht ablenken! Juhu! Dann fahren wir mal langsam los in die große weite Welt! Genau! Genau! In Schweden bleiben wir! Wo man die Care Game tut! Genau! Genau! So! Hier darf ich nur 80 fahren! Wie immer! Genau! So! Ja 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 ja! Ich soll da nicht hingucken! Genau! 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 Ich guck doch überall wieder hin! So! So! Thermomat eingegebt! Jetzt kann ich fahren! So! Jetzt kann mir nichts mehr passieren! Genau! Genau! Juhu! 10 Uhr Mauls haben wir schon! Eigentlich bin ich Keen! Nö! Okay! Okay! Ist ja egal! Ja! Hallo! Jo! 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 Und das ist so toll! Sieht ihr ja! Wie das flüssig alles laufen tut! Oh! Oh! Ist das schön! Das ist richtig schön! Würde ich mal sagen! Das macht auch richtig wieder Spaß! Zu spielen! Ich habe schon zwiefern das neue Minecraft aufgenommen! Und ja! Dann lasse ich es prima aufnehmen! Und prima spielen! Jo! Da hinten war... Jo! Netto! Netto! Jo! Jo! Stimmt's? Jo! 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 Aber das macht so einrausen Spaß hier jetzt! Oh ja! Moment! Jo! 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 Ich habe ein paar Monzen drin, das ist so toll, von Steam halt, nehme ich die. Und die sind alle sehr toll. Das reicht mir ja auch. Ein paar funktionieren nicht, aber ist egal. Wie die Verkehrsmot, die funktioniert gar nicht. Da kann ich nichts machen. Schade eigentlich. Aber ist ja egal. Und die Lenkung, die funktioniert so toll, so prima. Ich habe ja doch jetzt endlich mal auch ein Lenkrad gekauft, aber habe ich schon lange. Das habe ich schon von meinem alten Computer gehabt. Und das hat gehakt. Ihr habt es sehr, sehr weh gesehen. Es wurde immer schlimmer. Oh ja, es wurde immer schlimmer. Oh yes. Und die guckt auf mein Handy immer. Und? Mit Spaß? Jo. Kannst du mir was sagen, was dir gegen die Nachrichten geben tut? Bestimmt nicht. Nö. Ne. Ne. Macht auch richtig jetzt, richtig schlunte hier, bitte zu spielen. Aber wirklich, richtig schlunte. Ach. Oh ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sprachlos. Mit Recht macht es richtig Spaß jetzt hier mit Euro Truck Simulator 2 zu spielen. Ohne Haken. Und ich habe immer gedacht, warum Haken die Scheiße? Warum? Ich habe doch schon einen neuen Computer. Ja. Wie sagt es eigentlich rausgekriegt? Das war eine Mod. Die immer wieder eingestellt. Und immer wieder. Bis ich mal alle Mods mal rausgeschmissen habe. Ja, ich wiederhole mich mal. Ich weiß. Na, ein Kredit wurde bezahlt. Ich habe noch keine. Ich muss noch Leute einstellen. Ja, bei der nächsten Tour mag ich schon den nächsten LKW. Mal gucken. Mal gucken. Wo ich denn hinfahren tue. Ich weiß es noch nicht. Aber so viele Möglichkeiten habe ich noch nicht. Hm. Na, was ist denn hier los? So viel Stau jetzt hier? Hm. Was ist denn hier los? Jo. Oh yes. Oh. Oh. So, wir gehen mal hier lang. Okay. So. Jetzt heißt es ein bisschen warten. Ah, geht ja schon wieder weiter. Ich habe gedacht, ich muss jetzt warten hier. Stimmt's, habe ich recht. Genau. Was ist denn das denn? Hoppala. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn hier los? Hoppala. Irgendwas stimmt jetzt nicht was. Oh, nee. Nicht schon wieder. Ja. Was ist denn jetzt hier los? Die ganze Zeit hast du funktioniert. Hier ist irgendwas, was man in meine Grafik gerade stellen würde. Ich weiß es nicht. Es geht ja auch aufwärts. Hier war irgendwas. Hier war irgendwas. Naja, hier war irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Aber es geht lieber vorwärts. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Hier kommt jeder mal hoch. Blöde Ding. Versteht ich jetzt nicht. Ich habe hier eine blöde Matte drin, die nicht richtig funktionieren würde. Oh nee, das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit funktioniert. Und jetzt auf immer. Macht er mir so eine... So eine Späße. Komm, geh doch mal hoch, du Fre... Nee, ich gehe wieder runter. Okay, 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 Leute. Ich muss mal kurz aufhören. Okay. So, auf mir da. Ich weiß nicht, was da war. Ist einfach abgestürzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los war. Okay. Dann fangen wir mal hier ruf. So. Jetzt funktioniert das wieder. Hm. Da war irgendwas. Oh je, oh je, oh je. Oh mein Gott, nein. Ich fang jetzt fester. Oh Mann. Oh Mann. Sieht ihr das nicht, wenn ich stecken hier geblieben sind? Mein Gott. Oh Mann. Da kommt nix, da kommt nix gut. Jut, jetzt gehts weiter hier lang. Auf ne Landstraße. Jo, schön. Oh, im Falle viel zu schnell. Viel zu schnell. Hoppala. Jut. Wobei 90 ja erlaubt ist, aber ich darf hier nur 30 fahren. Ach, 30, 78. Mein Gott. Er wollte ihn überholen. Na, macht er PENG! Bestimmt! Und jetzt funktioniert es wieder wunderbar. Ich weiß nicht, was da war eben. Ich bin auf 30 Fremds schon wieder. Da muss irgendwas in die Kreuzung gewesen sein. Ich weiß nicht, was denn. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Die Landschaft sieht toll aus. Gut, aber jetzt funktioniert er wieder. Keine Ahnung, was da eben los war. Ey, halt. 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 Hoppala. Ich wollte es jetzt nicht machen. Oh, das sieht so toll aus. Nicht mit Schweden wirklich so aussehen tut, wow. Gut. Okay, und weiter geht's. Gut. Toll. Jetzt macht es auch richtig Spaß. Jetzt macht es wieder Spaß. Ich habe gedacht, jetzt ist es jetzt aus. Ja, ich wiederhole mich schon wieder öfters. Ich weiß. Gut. Okay. So. Ja, die müssen jetzt hinterher fahren. Und wie geht's dir? Und wie geht's dir? Bin ich bald da? Sehr schön. Mal gucken, wie ich das bald schaffen tue. So, mit dir, mit dir, mit alles. Genau. So, und weiter jetzt. Die hat keine Lust gehabt, hinterher zu dackeln. Ja. Ja, aber tut mir auch leid. Wie kann die so schnell fahren? Das willst du doch. So. Okay. Oh, viel zu schnell. Okay. 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 So. Und jetzt kann ich endlich wieder hin. Supi. Na toll. YouTube. Oh Mann, da geht da gleich Pi-Einer um. Tschüss. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Jut, Entschuldigung, ich ist momentan nicht reden, tue. Jut, muss ich tanken? Nö, tanken brauche ich noch nicht. Jut, und den Tankstand-Mod habe ich jetzt drin. Jetzt sieht man, dieses ist nicht mehr, was ins Spiel drin ist, sind jetzt andere. Genau. Da toll! Warum? Wieso? Das darf doch nicht wahr sein. Knallt mir jemand in meinen Wagen rein. Wenn ich stache, stache, denke ich spinne. No. Gut. Mal gucken, wie lange ich hier brauchen tue jetzt. Die Strecke sieht so toll aus. Luftflüssig, darf ich nichtkeepbellen. Ja, danke sein. Verнали, Guimet und Blatt cumplieren und Kommandé. Nichts nicht. - Also habe ich noch 500. Kameras hat das Mal mit mir runter. Jetzt fragt mich, was war das hier, hm? Einmal kurz abgrenzen und dann kann ich wieder Gas geben? Natürlich, beim Bergauf. Na toll. Spiegel. Oh, ich küsste toll aus. So, mal gucken. Ach, Mann. Ah, nicht mehr weit. Okay. Gut, weiter geht's. Gut, ich hoffe, dass jetzt funktioniert wie alles. Witzig. Okay. So, okay. Oh, ich weiß nicht mehr. Und da, keine Ahnung. Und da, keine Ahnung. Okay. Genau. Ah, das macht richtig schlau mit dem Spiel. Ah. Gut. Okay. Mann, warum brennst du mit mir aus? Mein Gott. Okay. Nummer. Spinnst du schon? Wann? Spinnst du schon wieder? Oder? Nö. Wann? Ich hab mir gedacht. Oof. Juuuut! Ich hab gedacht, du spinnst jetzt wieder. Okay, da mag es... Ich muss mal gucken, wo ich jetzt bin. Mal kurz rast. Mal gucken, wie weit noch fahren muss. Sonst mag da Pause. Juuuut. Okay. Dann brauche ich nicht. Ich will mal nur gucken, wo ich bin. Aaaaaaah! Aaaaaalla! Uuyuyuyuyuyuyuy this war ja jetzt mal kurz ... Wir werden noch ein bisschen zurück verwirrät. Mache esta.... Ok. Jut. Ok. Dann guck mal wie ich... ...sehe nach der Sabine über. Nehm Ich! lorsquei ho accusando Ton nimmt... Pferde als swear ghnell so eine stunde okay das heißt denn das macht nächstes mal die nächste tue dann sag ich mal ciao ciao bis zum nächsten mal ein